Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibiblogsberg-Podcasts. Bibiblogsberg und die Generation Kassettenkinder und man hört es meiner Stimme an. Ich habe sehr, sehr gute Laune, denn heute sitzt mir mein, im wahrsten Sinne des Wortes, Stefan mal gegenüber. Hallihallo! Hallo meine Antje und hallo meine, oder sagen wir mal unsere Community. Ich bin Stefan, aber ihr kennt mich natürlich besser als der Springer aus Herden. Und heute bist du der Springer aus Hamburg. Ja, so ist das. Normalerweise sitzen wir uns immer gegenüber im Sinne von, du sitzt hinter dem Bildschirm quasi und ich sitze im Studio. Das funktioniert auch überraschend gut. Wir haben selten Delay und so weiter, aber es ist noch viel cooler, wenn wir uns gegenüber sitzen. Und das wollten wir natürlich nutzen, um endlich mal wieder interaktiv zu werden, so richtig. Und wir haben uns gegenseitig, oder haben vor, uns gegenseitig das Leben heute sehr, sehr schwer zu machen. Du hast schon eine krasse Kampfansage im Vorfeld gegen mich getätigt. Ich auch. Du hast gesagt, ich mach dich fertig. Ich hab gesagt, ich mach dich fertig. Locker, locker, locker. Es steht eins zu eins. Und was ist denn, was ist denn unser Quiz heute? Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Folgenbeginn. Und wir haben, Stand jetzt, 143 zur Auswahl. Heißt, da kann einiges auf uns zukommen und ganz vor allem auf dich, Antje. Ja, auf dich auch. Ich halte daran fest. Ich hab mindestens genauso viel Ahnung wie du. Und mir wurde im Vorfeld auch häufiger die Dauer, also mir wurde im Vorfeld explizit gesagt, ich soll dich fertig machen. Von Seiten Kiddings, die uns ja so freundlich unterstützen, weil alle davon ausgehen, dass du gewinnst, auch zurecht, muss man sagen. Ich sehe mich schon so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Zumal ich so Folgen anfänge, wie, also ich hab mir das zum Beispiel bei Bibi und Tina sehr, sehr lustig vorgestellt, wenn einfach jede... Mit dem Wettreiten, ja. Wenn jede Folge... Von 105 Folgen, glaube ich, 82 mit dem Wettreiten beginnen. Genau, es wird ja in einer Folge sogar erwähnt, oh, wir fangen mal nicht mit dem Wettreiten an. Und es gibt ja auch die ein oder andere Folge, die anfängt mit einem Satz wie, Los, Kartoffelbrei, schneller. Ja. Wobei ich sagen muss, ich hab schon einen ähnlichen Satz in einer Folge ausgeführt. Ich könnte dir auch direkt sagen, aus welcher Folge das ist, aber wir lassen's. Ich hab das jetzt einfach mal ehrlich gesagt aus der Luft gegriffen mit dem Schneller. Gibt's wirklich eine Folge, die mit Schneller dann anfängt? Es ist die 100, die Hexenparty. Ach krass, okay. Moment mal. Nein, 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 nein. Die fängt an mit Los, Kartoffelbrei. Warte mal, Los, Kartoffelbrei. Los, Kartoffelbrei, schneller. Wir müssen gleich noch einen Kuchen backen. Ja, schneller. Du hast gesagt, schneller. Okay. Ich glaub, ich hab die Folge drin. Super. 1 zu 0 für mich. Dankeschön. Moment, Moment, Moment. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Und der Gast kriegt Vortritt. Das heißt, du darfst als erstes deinen Satz ein... Erstmal unser obligatorischer Anfang. Welche Folge hast du denn gestern Abend noch gehört? Gestern Abend bin ich fremdgegangen und hab eine Drei-Frage-Zeichen-Folge gehört. Die letzte Folge, die ich gehört habe, war Bibi braucht Hilfe. Ah, schön. Und welche hast du gehört? Ich habe gestern Abend auch gesündigt. Ich habe nämlich Benjamin Blümchen gehört. Wow. Rettet den Kindergarten. Die habe ich vor kurzem... Ich habe angefangen, mir zur Vorbereitung auf einen eventuellen Benjamin Blümchen Podcast, nachdem ich schon oft gefragt wurde, ich weiß nicht, wie es dir geht, nur um das hier mal zu droppen, habe ich angefangen, mir jetzt auch die neuen Benjamin Blümchen-Folgen einfach mal auf Vorrat drauf zu schaffen und höre sie neuerdings immer beim Workout. Das ist ein krasser Kontrast zu den Schmerzen, die ich durchleide und dann der Versuch, mich durch zum Beispiel Benjamin Blümchen rettet den Kindergarten irgendwie abzulenken, quasi die 31-jährige Antje trifft auf die 6-jährige Antje. Das sind immer sehr, sehr schöne Momente. Dann solltest du besser beim Workout, wenn du so viel leidest, nicht die Nummer 35 von Benjamin hören. Das ist die mit den Zahnschmerzen. Nee, die höre ich aber auch nicht mehr freiwillig. Aber ich fand es sehr spannend, die Zoo-Olympiade. Das war also von den jüngeren Folgen eine meiner liebsten. Ja, da gibt es einige deutlich bessere. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade am Anfang die neuen Nachtsäure. Aber wir wollen ja nicht über Benjamin Blümchen reden. Ach, schade. Sondern über B-Bloxberg. Und wie gesagt, du darfst anfangen. Hau deinen ersten Satz raus, Stefan. Dann würde ich sagen. Los geht's. Nummer eins. Hey, super. Wir sind auf der Titelseite. Ja, das ist B-Bloxberg und die Piraten. Bingo. Sehr, sehr simpel. Und danach kommt Flori mit... Hey, ich kann selber lesen. Genau. Aber ich mag die extrem gerne. Und kleiner Schwank aus der Geschichte in meiner B-Bloxberg-Laufbahn, die habe ich damals bekommen, als ich krank war. Und ich meiner Mama gesagt habe, hey, mach mal eine Folge an und sag nicht welche. Und dann hat sie mir die als Krankheitstrostpflaster reingemacht. Als ich sie noch nicht hatte, war eine kleine Überraschung. Das verbinde ich mit der. Ich mag die sehr. Gelungene Überraschung. Ja. Auf jeden Fall. So. Eins zu null für mich. Oh, ich schwitze ja schon. Ist auch warm hier. Ja, auf jeden Fall. Peter, dein, äh, Peter übrigens auch hier, der Produzent. Wenn wir ab und an mal seinen Namen droppen und er noch nie zu hören war, wir haben hier jemanden neben uns sitzen, der die Folgen einspielt. Äh, deshalb, äh, next one. Guten Abend, Tante Walpurgia. Selbstverständlich die vertauschte Hexenkugel, die Nummer 87. Ja, leider war dein, äh, dein Fazit zu der Folge? Äh, eine sehr schöne Folge. Ähm, vor allem, ich mag Folgen, wo Malizia auftaucht. Und, äh, muss man sagen, in der Folge geht's ja eigentlich um was ganz anderes. Da wird ja Barbara herausgefordert von der alten Runzia, äh, dass sie doch bitte Goldhexen soll, weil angeblich können die jungen modernen Hexen das ja nicht mehr. Aber, äh, Malizia hat da ihre Hände ganz, ganz böse im Spiel, wie man's eben von ihr kennt. Ja, vor allem, was ich an ihr mag, ist einmal, ich mag diesen Diskussionspunkt zwischen dem traditionellen Hexen und dem modernen Hexen. Das taucht ja immer mal wieder auf und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich hoffe, dass man das demnächst in der Folge nochmal ein bisschen intensiviert. Ähm, und diese ganze, die Spurensuche, was denn dahinter steckt, finde ich auch sehr, sehr cool, weil nicht so vorhersehbar. Also, es gibt ja gerne mal, wenn Malizia irgendwas macht, dass man sich da schon fragt, warum, warum kommt denn nicht nach fünf Minuten irgendjemand auf die Lösung? Aber hier ist es wirklich eine schöne Spurensuche. Ich mag auch Bernhards Involvierung mit den Enten. Super, ne? Ja, also auch, mag ich auch sehr, die Folge. Ja, okay. Dann, würde ich sagen, Teil zwei für Antje. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Heute bin ich ja sehr beschwingt. Das ist der Übergang von Bibi, die... Nein, Moment mal, Moment mal. Ich war kurz vor die verhexte Hitparade. Aber die verhexte Hitparade fängt mit einer singenden Bibi an. Da hast du mich aber faszinierend geführt. Moment. Aber es ist nicht leicht. Oh. Hm. Geh noch mal in dich. Weil die, wie gesagt... Erstmal der Erzähler, was sagt der da? Heute bin ich sehr beschminkt? Beschwingt. Ach, beschwingt. Ah. Hast du das nie verstanden? Nee, jetzt gerade habe ich die Auflösung erfahren. Ich sage trotzdem die verhexte Hitparade. Ich glaube, es ist falsch. Weil ich meine, dass die verhexte Hitparade mit der hüpfenden und singenden Bibi anfängt. Aber trotzdem sage ich... Das kommt direkt nach dem Erzähler. Es ist die verhexte Hitparade. Ja, Gott sei Dank. Und das ist lustigerweise schon das zweite Mal in einer Folge, nämlich, also wie gesagt, in dieser Folge, dass etwas nicht so gut verständlich ist. Also wenn du das mit dem Beschwingt erst jetzt verstanden hast und wir sind uns einig bei dem Sänger, der da genannt wird, wo wir ja jetzt erst drauf gekommen sind, vor kurzem, was denn da eigentlich gesagt wird. Irgendwie ist dir ein bisschen vernuschelt vielleicht die Folge. Ja, aber wie gesagt, es passt ja auch so ein bisschen. Da wird viel gesungen. Da nimmt man es nicht immer so ganz mit der Artikulation. Wenn ich so an Herbert Grönemeyer denke, gerade ich als fast Bochumer Junge, ich kenne das alles so gut. Nein, aber in der Tat, es war die verhexte Hitparade, keine Frage. Die einzige Folge, die direkt mit dem Erzähler beginnt, von 143. Ach, krass. Deshalb kann man es sich ganz gut merken. Und nach dieser Anmoderation sagt er, wo ist denn Bibi? Ach, da unten ist sie ja. Sie hüpft immer auf die Steine und dann ich hüpfe und ich spreche. Ja, stimmt. Hast recht. Nee, okay. Macht auch Sinn, dass diese musikalische Folge mit einem singenden Erzähler angeht, anfängt. Und zum Thema Vernüscheln. Ich bin ja ein großer Fan, egal ob in Hörspielen oder in Filmen, wenn auch mal Silben abgekürzt werden dürfen, wenn die Leute auch mal durcheinander reden. Also von daher war gar nicht die größte Kritik an der Folge. Es ist nur interessant, dass es beides in einer Folge ist. Richtig. Ansonsten meine ich, dass ich immer alles soweit verstanden habe. Eigentlich ja. Okay, 2-1 für mich. So, und wechsel die Wollmäuse. Die Austauschschülerin. Mann, oh, ja, klar, natürlich. Auch eine schöne Folge, wie ich finde. Ja, ist, glaube ich, so 5, 6 Jahre alt erst maximal. Ich glaube, Titel Nummer 118, kann das sein? Ja, 118, genau. Und immer wieder schön, wenn Bibi so über Umwege, und da werden wir ja auch in einer weiteren Folge drüber sprechen, in der Folge Um die Welt, Bibi Blocksberg, wenn Bibi über Umwege mit fremden Kulturen, ich meine ja gut, die britische, englische Kultur ist jetzt nicht so weit von der deutschen entfernt. Also in dieser Folge wird er mit Stereotypen nicht gespart. Ja, also wie gesagt, das habe ich ja auch in der Folge erwähnt, in der es ums Essen geht, wie Barbara einfach das Porridge übersetzt in Haferflocken grützt. Das tut mir so weh. Ich meine, sie hat ja recht. So total gelangweilt, ne? Ja, vor allen Dingen auch um irgendwie, ich meine, da ist die englische Sprache irgendwie viel freundlicher, weil ich behaupten würde, wäre man nicht darauf gekommen, irgendwann einfach den englischen Begriff zu verwenden, wäre es nicht zu so einem Porridge-Boom gekommen. Mit Sicherheit nicht. Und wer will denn, welcher Influencer oder welche Influencerin will denn Haferflockengrützen Bowls präsentieren? Hallo, liebe Community, heute mein tolles Frühstück mit der Haferflockengrütze. Ja, ich stelle mir gerade vor, es gibt ja, oder gab mal eine Zeit lang von Kai Pflaume, das Porridge of the Day. Ich stelle mir gerade vor, der hätte die Haferflockengrütze of the Day präsentiert. Aber ja, du hast recht, es ist die Austauschschülerin und ja. Emily heißt die, ne? Emily, ja. Irgendwie heißen sehr viele englischsprachige Menschen Emily. Das ist auch ein schöner Name. Nein. Nein? Emily Blunt, eine der schönsten Schauspielerinnen der Welt. Weiß ich, vielleicht bin ich ein bisschen gebrannt, Marc. Meine Großmutter heißt Emilia. Ist aber Emilia, finde ich auch schon. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. 2-2? 2-2. Okay, ich bin dran. Also, ich darf raten. Jawohl. Das Thema Antrieb werden wir heute Nachmittag noch vertiefen. Nun schlagt bitte Seite 23 auf und löst Aufgabe 5. Ich weiß, welche Folge es ist. Ich hab nur spontan keine Ahnung, wie sie heißt. Dann sag mal, worum geht's denn da? Es geht darum, dass Florian und Bibi für ihr, äh, ein Schulprojekt, ähm, haben eben, es geht um den Motor und dafür hexen sie eine historische, hext Bibi eine historische Persönlichkeit herbei. Ja, genau. Du bist komplett auf dem richtigen Weg. Ja, aber wie heißt sie denn? Es ist ja eben nicht Bibi braucht Hilfe, weil das ist ja, also da würde der Titel auch passen. Du bist aber nicht weit davon entfernt. Nein, ich weiß, es ist ungefähr auch im selben Zeitraum oder ungefähr in derselben Folgen, äh, Nummer. Soll ich dir was sagen? Ja. In einer unserer früheren Quizfolgen, da ging es ums Zitate raten. Ja. Da hast du aus dieser Folge mir einen Satz zitiert. Das weiß ich jetzt auch, das hilft mir nicht wirklich. Ach. Aber wie heißt die denn? Tipp, letzte Folge mit Hallgard Bruckhaus und Guido Weber. Was du mir, wo du immer denkst, dass es Tipps wären. Das ist unfassbar. Das ist ein Spoiler, ist das. Ja, ich weiß sogar, wie das Cover aussieht. Ja. Welche historische Figur wird denn hergehext? Ja, und das ist, es ist nicht Magellan. Es ist, äh, Christoph Kolumbus. Aber die Folge heißt nicht Christoph zu Besuch oder so. Ich muss leider passen, weil ich mir der Folgentitel nicht einfühle. Das tut mir leid. Aber es ist immer so, du weißt ja, welche Folge es ist. Also einen halben Punkt kriegst du. Das ist lieb. Das neue Hörspiel-Abenteuer mit Bibi Blocksberg. Jetzt überall, wo es Hörspiele gibt. Von Kiddings. Du schreibst brav die Punkte mit. Aber wir haben ja auch Peter. Ich mach mal bei Antje mach ich mal äh, äh. Aber danke, dass ich, aber ich glaub, halber Punkt ist fair. Ja. Soll ich den Schnellgang einlegen oder willst du lieber gemütlich nach Hause, Marita? Bibi ist krank, die 48. Korrekt. Die Zeichentrick-Adaption dazu heißt ja die Mathe-Krankheit. Genau. War meine zweite Folge, die ich überhaupt hatte. Mhm. Und, ähm, ist mir fast, du kennst ja mittlerweile mein Lieblingswort monothematisch. Ja. Und ist mir fast einen Tick zu monothematisch, auch wenn ich diesen Kampf zwischen diesen absolut stereotypisierten Ärzten Hammer, oder? Sehr, sehr mag, aber ist eine Folge, die ich nicht immer hören kann. Weil die auch einfach, weil sie Handlung hat. Also eine, 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 eine recht komplexe Phase. Vor allem da gibt es ja wirklich einen amerikanischen Arzt, einen aus der Sowjetunion, das sage ich nochmal ganz ausdrücklich. Die Folge ist aus dem Jahr 1989 und da gab es das Land noch. So dieses, ich nenne es mal, medizinische Wettrüsten unmittelbar vor Ende des Kalten Kriegs, ne? Ja, aber ich muss sagen, in der Zeichentrick-Folge mag ich noch die Ergänzung mit diesen Tieren. Die sind nämlich sehr, sehr süß. Die hätte man, wobei, die machen viel über den, den, die optischen Witze. Das hätte man, glaube ich, in die, in die Hörspielvorlage nicht übertragen können. Außer man hätte die Tiere dann sprechen lassen, was ja aber gar keinen Sinn ergeben hätte daher. Da mag ich, da mag ich die Unterschiede zwischen der Hörspiel-Folge und der Zeichentrick-Folge, weil ich finde, da haben sie sich gut jeweils auf das Medium auch einfach eingelassen. Also Mathe-Krankheit mit dem, mit der Farbe im Gesicht, das macht nur im optischen Medium Sinn, ja. Aber wir wissen, es hat gepasst, weil Mathe und Bibi, das passt auch nicht so ganz zueinander, ne? Ja, das stimmt. Aber Englisch auch nicht, das müssen wir festhalten. Das ist wahr. I have been at home und so weiter. Aber da kann ja Bibi nichts für, wenn sie so einen Vater hat, der das so sagt. Also, die arme Bibi. Ja. Aber man muss ja auch sagen, in der Folge, das Lufttaxi, merkt man auch, ihr Englisch ist nicht so geil. Around the corner, da, links. Unfassbar. Ja, okay. Wer muss raten? Ich muss raten, genau. Koche, koche Süppchen, leckerer Entendreck, köstliche Fliegenbeinchen, toller Krötenspeck. Ist natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen verfälscht, beziehungsweise es wird mir sehr, sehr leicht gemacht hier, weil wir erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor kurzem die Folgenbesprechung zu der Folge gemacht haben. Es ist natürlich die Kuh im Schlafzimmer, Folge 6. Ja, so ist es. Und, ähm, ich hab vielleicht gedacht, ich kann dich auf eine falsche Fährte locken, weil es ja noch, ähm, eine andere Folge aus der damaligen Zeit gibt, wo Barbara, äh, mit einem singenden, ja, Kochlied anfängt. Ja, ist es die drei? Genau, die Zauberlemonade, richtig. Okay, gut. Ach, Bibi, machst du mal auf. Das wird Papi sein. Kann der nicht selber aufmachen? Hat doch einen Schlüssel. Bibi, ach ja, ja, ich mach ja schon. Ja, Bernhard Blocksberg, der alte Schovi, ne? Ja. Ein Vater, der seinen Schlüssel nicht benutzt. Ja. Ja, äh, erkältete Barbara Blocksberg, das ist die 49. der Hexengeburtstag. Genau, denn wir wissen, dann, weil Barbara Blocksberg erkältet ist, darf Bibi zum Hexengeburtstag. So ist das. Und nimmt eine unsichtbar gehexte Carla Kolumna mit. Eine schöne Folge. Ja, aber das hat verheerende Auswirkungen. Das ist wahr. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass wir bislang nur erste Sätze aus Folgen rausgezogen haben, von denen wir uns einig sind, dass das alles mindestens gute Folgen sind. Vielleicht so unterbewusst. Äh, ja, aber du glaubst gar nicht, was ich noch so auf Lager für dich habe. Also, ich sag mal so, ich hab die Schmuse-Kätzchen-Folge so selten gehört, da würde ich nicht drauf kommen. Okay, ich darf raten. Du fährst da hin, Bibi. Das ist mein letztes Wort. Und jetzt guten Appetit. Das dürfte unverhofftes Wiedersehen sein, denn Bibi will auf gar keinen Fall zu Tante Luisa nach München. Eine der besten Folgen, eine der komplexesten Folgen, eine der erwachsensten Folgen. Und, ähm, ja, trotzdem bin ich drauf gekommen, wie viel steht's jetzt eigentlich? Vier, äh, dreieinhalb zu vier. Aber ich find das so klasse, wie Bernhard mit diesem autoritären Tonfall da. Du fährst da hin, das ist mein letztes Wort. Und jetzt guten Appetit. Da schmeckt doch das Frühstück oder das Mittagessen oder was auch immer es da gibt, direkt noch viel besser, ne? Ja, da hast du recht. Aber ich muss ja auch sagen, wenn Bernhard mal etwas autoritärer wird, gibt's genügend Momente, in denen Barbara oder Bibi ihn da direkt, äh, einen Schuss vor den Bug geben. Deshalb kommt er, lassen wir ihn doch einfach mal. Ja, ja, es gibt ja auch einmal eine Folge, ich glaube, das Sportfest ist es, wo er dann sagt, äh, ich befehle dir, am Sportfest teilzunehmen, jawohl. Und Bibi sagt dann, ich krieg immer Bauchkrämpfe vor Lachen, wenn du so streng guckst und so. Genau, weil man auch in diesem Satz total merkt, wie Bernhard überhaupt nicht in seinem Element ist. Und ich, äh, befehle dir, so, das ist ja nicht, das ist ja nicht seine Art eigentlich. So genervt verzweifelt einfach, ne? Ja, genau. Okay. Dann geht's weiter. Mir ist es gar nicht recht, wenn ihr so weit übers Meer fliegt, Barbara. Ach, mach dir keine Gedanken, Bernhard. Wir sind zwei Hexen. Uns kann doch nichts passieren. Aber die weite Strecke auf den Besen. Wenn nötig, hexen wir uns ein Kissen unter den Po. Ja, ja, mach du dich nur über deinen Vater lustig, Bibi. Das ist doch Mami in Not. Die 81, das Debüt von Malizia. Das ist generell, ist lustigerweise, ich bin sehr froh, dass ich das ausgewählt habe. Vielleicht auch ein bisschen mit Absicht, weil ich den Anfang gerne mit dem Anfang der vertauschten Hexenkugel verwechsel. Also ich würde sagen, ich hätte bei der voll, also ich sag mal so, den Anfang von die vertauschte Hexenkugel würde ich jetzt nicht Mami in Not zuordnen, aber andersrum vielleicht schon. Und ja, deshalb habe ich die dir aufs Auge gedrückt, damit mir das nicht passiert. Kann ich nachvollziehen. Es sind beides Folgen, wo es um Hexenkugeln geht und es sind beides Folgen, wo Malizia dabei ist. Ja, und wo Mami und Bibi hauptsächlich die Folge bestreiten. Genau, richtig. Genau, aber ja, du bist natürlich nicht in die Irre zu führen. Friedrich Schiller gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker, Lyriker und Essayisten. Er wurde 17... Was? Ja. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Ist das eine normale Folge oder hast du dich an irgendeiner Kurzgeschichte bedient? Das ist eine ganz normale Folge. Krass, das muss eine Folge sein, die ich fast nie höre. Ich war erst kurz beim, nicht beim Schulausflug, sondern beim, wie heißt es nochmal diese Folge, wo sie den Wandertag machen? Der fechste Wandertag. Der fechste Wandertag. Mit dem Runkelgroll. Ja, aber die ist es nicht, weil die habe ich oft genug gehört, um zu wissen, dass die anders anfängt. Aber du weißt ja immerhin, wer da am Anfang zu hören ist. Das weiß ja jeder, das ist Schubier. Bitte? Nein, das ist Frau Müller-Riebenseel. Ich kann dir sagen, ich bin auf diese Folge gekommen, weil sie erst kürzlich auf dem YouTube-Kanal von Bibi Blocksberg das Hörspiel des Monats war. Wie du einfach denkst, dass mir das helfen würde. Ich sage jetzt einfach mal frei heraus, das verhexte Schlittenrennen, aber ich habe keine Ahnung. Nein, es ist nicht das Schlittenrennen, aber so von der Chronologie her kommst du der Folge recht nah. Das ist, soll ich sagen? Gerne. Es ist das verrückte Huhn. Okay, ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Und soviel zu dem, was du gerade gesagt hast, wir suchen nur gute Folgen aus. Ja, und ich glaube, das war der Fehler. Ich hätte wahrscheinlich, ich glaube, ich habe nämlich keinen Ausschnitt aus irgendeiner Folge genommen, die ich nicht so oft höre, was natürlich super tumm war jetzt im Nachhinein. Aber gucken wir mal, gucken wir mal. Bin mal gespannt. Ich mache mal bei Anche einen Strich. Ja. Äh. Ja. Rechts noch eine Idee höher, Mami. So, super. Und nun den Hammer. Oh nein, jetzt ist er wieder verrutscht. Das ist doch Folge 71, die Hexenschule. Da hast du recht. Denn was folgt gleich? Äh. Was heißt, was folgt gleich? Na, wie bist du drauf gekommen? Komm. Was hext Bibi denn gleich? Beziehungsweise wie versucht sie denn Bernhard, den Schmerz weg zu zaubern? Hexen. Jetzt wiederum stehe ich auf dem Schlauch. Ja. Ja, meine Assoziation damit ist nämlich, dass Bernhard sich ja gleich auf den Finger haut. Ja. Und Bibi mit der Schmerz wechseln bekommt und das ist die Aufgabe der Hexenschule. Genau. Nur um mal zu erklären, wie man vom ersten Satz darauf kommen kann, welche Folge ist es. Das wollte ich hiermit veranschaulichen. Okay. Jetzt bin ich da wieder im Bild. Wie hättest du dir das denn jetzt hergeleitet sonst? Nee, ich weiß gar nicht überlegen. Die Folge mit dem Kakadu und die mit der Hexenschule. Die haben ja nur, glaube ich, genau 67 und 71 nur vier Folgen auseinander. Auch thematisch recht ähnlich. Da habe ich jetzt befürchtet, dass ich da vielleicht durcheinander kommen könnte. Okay, alles klar. Ach, ist das schön. Sonntagmorgen, die Sonne scheint, die Zeitung, Kaffee, Toast, Frühstücksei. Alles wartet auf mich. Ich könnte schnurren. Das ist Bibi im Zirkus. Das ist meine allererste Folge gewesen. Genau. Folge 42. Ich habe kurz gestrauchelt, aber dann fiel mir ein beim Wetterfrosch regnet es ja. Und das ist das, was Papi so auf die Palme bringt. Wetterfrosch hat ja eine ganz andere Laune. Ja, ja, aber beide Folgen beginnen am Frühstückstisch und damit dann nicht. Nein, nein. Soll ich dir sagen, wie die 56 anfängt? Die ich wahrscheinlich erkennen würde, ja, aber... Papi, lass mich doch mal rein. Stimmt. Da klopft sie ans Badezimmer. Ja, stimmt, hast recht. Aber dann geht es am Frühstückstisch. Ja, es gibt sehr, sehr viele Folgen, die sowieso bei Blocksbergs am Frühstückstisch beginnen. Von daher wäre das eigentlich... Als Prinzessin zum Beispiel? Nein, die beginnt im Schloss mit der Führung. Aber das sind so die Szenen, die ich mit dem Frühstückstisch verbinde, weil dann gibt es, um meine Ehre jetzt hier direkt wieder zu retten, dann den Moment, in dem Bibi... Oder nee, warte mal, welche meinte ich denn? Ich meinte der unterkleine Hexer, die so total langweilig am Frühstück... Genau, genau. Die meinte ich, ich meinte nicht. Aber es gibt auch eine interessante Szene am Frühstückstisch als Prinzessin, weil Bibi da plötzlich ihre Prinzessinnen-Attitüde ausgibt. Ja, ja, natürlich. Okay, oh Gott. Sitzt mein Pferdeschwanz gerade, Mami? Also, das ist doch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der jüngeren Zeit. Das ist der Wutbürger-Alarm in Gersthof. Man kennt es auch unter dem Titel Hexen unter Verdacht. Richtig, und der Pferdeschwanz muss gerade sitzen, weil sie natürlich einen guten Eindruck machen wollen. Guck mal gerade, ob deiner gerade sitzt. Ich würde sagen, ja. Der ja gar keiner ist. Ach so, okay. Wie man sehen kann. Aber ja, richtig, natürlich, du kriegst einen Punkt. Du hast bisher noch nirgendwo gestrauchelt, ich sehe schon. Das war auch nicht anders zu erwarten. Das stimmt, okay. Anja, du darfst jetzt. Hast du auch die Brote, Bernhard? Ach, meine Güte, wo sind denn jetzt die Fotos von Mallorca? Die wollte ich Erika doch zeigen. Ach, hier. Bernhard und Barbara fahren weg und Bibi bleibt zu Hause. Und ich wäre jetzt auf dem Im-Dschungel-Trip. So ist es. Und ich habe kurz überlegt, weil das in der Zeichentrick-Folge sind es anderen Stimmen. Ich habe die Zeichentrick-Folge nämlich als erstes, erst die Zeichentrick-Folge gesehen und dann die Folge dazu gehört. Deshalb habe ich kurz überlegt. Aber ja, es gibt noch eine Folge. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier mit Wissen auftrumpfen. Es gibt natürlich noch eine andere Folge, in der Bernhard und Barbara alleine wegfahren, die hatten wir schon und vorhofftes Wiedersehen. Also nur mal hier. Und es gibt auch noch eine, nämlich Bibi als Babysitter. Ja, ein bisschen was weiß ich auch. Aber der Punkt geht an mich. Das ist ja vollkommen richtig. Und Bibi wird ja noch gefragt, ob sie nicht mitkommen möchte. Richtig, genau. Und Moni wird auch noch gefragt. Aber nee, 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 die beiden haben nicht so die Lust. Ein kurzer Punkte-Zwischenstand. Es steht gerade 6 zu 7. Wo habe ich denn den halben Punkt geholt? Ja, den von gerade, den geben wir dir von Oma Grete. Okay, vielen Dank. Im Grunde von allem bisher nur einmal. Das war die Huhngeschichte gerade. Ja, genau. Sonst läuft es eigentlich. Okay, gut. Phoebe? Ach, geh du doch mal ran. Ich bin beim Bügeln. Und ich will gerade in die Wanne. Bernhard, kannst du nicht mal? Ja, je noch mal kann man denn nicht einmal in Ruhe seine Zeitung lesen. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Uh, draußen schnallt es ja immer noch. Hallo, hier Barbara Blocksberg. Ja gut, war natürlich jetzt sehr lang, aber ich wusste es schon von Beginn an. Es ist natürlich der Hexenfluch. Interessant ist aber, wir haben jetzt beide schon jeweils eine Folge ausgewählt, wo am Anfang das Biblied gesungen bzw. gesummt wird. Und dadurch, dass ich ja nicht weiß, ob du die dritte Folge mit so einem Anfang genommen hast, frage ich dich jetzt mal nicht, was die dritte Folge ist. Äh, es gibt ja noch drei andere. Auch wo Barbara singt am Anfang? Ja, natürlich. Wir haben die Zauberlimo hatten wir schon. Ach so, es gibt das Biblied, ne? Dass das Biblied am Anfang singt wird. Ja, ja, ich weiß. Genau. Egal. Vielleicht kommt ja noch eins. Ich versuche mich hier rauszuwinden aus meinem gerade irgendwie sehr stark hervortretenden Halbwissen. Wir machen schnell weiter. Wir kommen darauf aber noch gleich zu sprechen. Auf jeden Fall. Und hier, guck mal Barbara, ein Wahnsinnsmodell. Sechs Zylinder mit Einspritzautomatik, fünf Gänge, computergesteuerte Bremswegberechner, Benzinsparanzeige, digital natürlich. Ja, Bernhard Blocksberg möchte ein neues Auto. Barbara möchte, glaube ich, ein Labor oder so in der Folge. Zentrifuge. Zentrifuge und Bibi möchte einen neuen Hexenbesen. Es ist die Folge der neue Hexenbesen. Ganz genau. Aber ich finde das so interessant. Diese wunderschönen technischen Raffinessen Mitte der 80er. Wow, ein Auto mit fünf Gängen, mit Benzinanzeige. Klasse, oder? Das fand ich vor kurzem sehr, sehr lustig in der Benjamin-Blümchen-Folge und der Computer. Ja. Wo Schmeichler, in der Schmeichler erzählt, was denn der Computer alles kann und dann bei Floppy-Discs anfängt. Das ist sehr schön. Und dieses Gerät hat einen RAM von einem Megabyte. Ja. Und ich habe das mal hochgerechnet. Das Ding kostet irgendwie irgendwie 30.000 Mark. Ja. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Genau. Okay, du darfst raten. Dann geht's los. Mami, wo ist denn der Handmixer zum Teigrühren? Wo er immer liegt, Bibi. In der untersten Schublade. Ah, ja. Und die zwei Rührstäbe? Die liegen daneben. Diese genervte Barbara Blocksberg. Also, das ist das Debüt von Gabriele Streichern als Barbara Blocksberg. Folge 93. Bibi braucht Hilfe. Was du nur wusstest, weil ich erzählt habe, dass ich die gerade noch gehört habe. Das wusste ich natürlich nur deshalb. Ganz genau. Ja. Ich sehe gerade dieser traurige Blick dagegen. Diese Dackelaugen von Anche. Oh. Ja. Wir müssen sie einmal virtuell in den Arm nehmen. Nein. Ich lasse mich, wenn, dann lasse ich mich nur von dir schlagen. Das ist dann völlig fein. Ich gehe, also ich habe so das Gefühl, jetzt kommen wir in die letzte Runde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das werde ich nicht mehr aufholen. Aber ist okay. Ich will diesen einen Punkt noch. Liebe Mami, mir geht es gut. Papi auch. Er liest gerade Zeitung. Wie geht es dir? Das Wetter bei uns ist schön. Hast du auch gutes Wetter? Ja, Briefe schreiben ist blöd. Sowas von blöd. Sowas von blöd. Blöder geht es gar nicht. Bibi schreibt an ihre Mami, die zur Kur ist oder so. Und es ist der Superhex-Spruch. Denn kurz danach regt sich Bernhard Blocksberg darüber auf, was er in der Zeitung liest. Und er ist froh, dass Barbara das nicht mitbekommt. Denn sie soll sich erholen. Interessant. Die erste Folge ohne Barbara Blocksberg. Die allererste? Die allererste. Ah, okay. In Folgen 53, 54 ist sie nicht dabei. Da übernimmt die sogenannte mütterliche Rolle ja Tante Amanda. Stimmt. Und selbst in Ohne Mami geht es nicht. In der es darum geht, dass Barbara nicht da ist. Selbst da ist sie ja dabei. Also auch ich schreibe heutzutage noch Briefe. Finde ich, ist eine schöne Sache. Nee, Briefe nicht. Im Urlaub habe ich aber tatsächlich eine Karte geschrieben. Karten finde ich schön. Einfach, weil ich gerne Postkarten mag. Ich bin auch jemand, der noch sehr, sehr viel und sehr gerne übrigens handschriftlich verfasst. Ja, das mache ich aber auch. Also das finde ich immer lustig so in Meetings, wenn ich dann meinen Schreibblock zücke und dann Notizen mache. Weil mich dann jeder fragt, nimm doch dein Handy und die Notiz habe, die ich auch sehr aktiv nutze. Aber so mitschreiben, dann merkt man sich das auch schneller. Das Einzige, wo ich es nicht mehr mache beim Tagebuch, da wird es einfach zu viel. Das habe ich mittlerweile auch in digitaler Form. Ansonsten Briefe, man den schreibt. Persönlich, ich sage mal, wenn es so eine Seite ist, das geht handschriftlich gut runter. Stimmt. Ich überlege gerade, ob ich eine sehr, nein, das erzähle ich dir off-topic. Wann ich das letzte Mal wirklich einen handschriftlichen Brief geschrieben habe, das erzähle ich dir. Tut mir leid, das ist viel zu privat, aber das erzähle ich Stefan da draußen dann hinter dem Mikro. Und dann ist Stefan ab sofort erpressbar. Und ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Ja. Ach, Samstagmorgen, ein gutes Frühstück und meine Zeitung. Was will man mehr? Wo bleibt übrigens mein Honigbrötchen? Das ist die Folge 82, Hexspruch mit Folgen. Jetzt musste ich gerade nur ein bisschen überlegen, weil jetzt kommt Bibi und hext ihm das Brötchen. Dieser Hexspruch beginnt die Folge 73. Auch da musste ich jetzt überlegen, dass ich nicht durcheinander komme. Ah, okay, ja. Ich dachte wirklich, du strauchelst jetzt auf den letzten Zentimeter, aber nein. Und du hast gewonnen, erwartungsgemäß. Mit einem offiziellen Endstand von 81? Achso, tut mir leid, das ist ein Diss gegen die Handschrift unseres Produzenten. 8,5 für mich gegen 10 für Stefan. Du hast dir das wirklich absolut redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ich bedanke mich recht herzlich, ich habe aber nichts anderes erwartet. Nee, offenbar hat das da draußen auch sonst keiner. Aber ich hätte jetzt, also hätte auch schlimmer kommen können. Ach komm, machen wir einmal einen Bonus-Track für Antje. Komm, einen Bonus-Track. Nein, 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 das brauche ich nicht. Wir können aber ganz kurz noch über die gesungenen Anfänge sprechen. Da wolltest du dein Wissen einmal hier preisgeben. Also sehr interessant, dieses Bibi-Bloxberg-Lied, das wird recht häufig gesungen am Anfang einer Folge. Bibi macht zum Beispiel auch in Folge 47, das ist die Folge mit dem Reitturnier. Stimmt, ja. Allerdings in etwas abgewandelter Textform. Als Barbara... Fliegt mit einem Affenzahn nach Haus. Genau. Denn sie hat einen riesen Kohldampf. Stimmt. Und die Penne, die ist aus. Ich musste sonst noch an die Folge unter Flaschengeist denken. Ganz genau, Barbara. Singt Barbara das kurz, bevor ihr, ich glaube, eine Flasche runterfällt, ne? Nee, bevor eine Scheibe klärt. Ah, okay, genau. Eins von beiden. Auf jeden Fall hört man danach Glas klingen, klären. Aber Folge 55, Mammis Geburtstag, fängt es auch damit an, dass sie in der Küche sitzt oder abtrocknet und Baby-Bloxberg, die kleine Hexen. Stimmt. Und dann kommt Bernhard, ich könnte dir beim Abtrocknen helfen, Barbara. Hast recht, ja, stimmt. Und, Mann, was man alles sich wieder bewusst macht, wenn man mit dir in einem Podcast-Studio sitzt. Jetzt könnte ich ja sagen, unser nächstes Quiz wäre dann den Ende einer Folge. Der letzte Satz. Der letzte Satz ist aber vom Erzähler. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ich glaube. Da liegt man dann entweder immer richtig oder immer falsch. Da hast du recht. Aber apropos richtig, es war die richtige Entscheidung, mit dir dieses Quiz zu spielen, weil es wieder schön kurzweilig war und wieder einmal hervorgehoben hat, wo wir stehen, in unserem Experten-Expert-Innen-Wissen. Wir, ja, schreibt uns doch einfach mal da draußen, wie viel ihr bewusst hättet über die sozialen Netzwerke. Ihr wisst ja, wie das geht. Aber ist doch interessant, ich glaube, die meisten Folgen, klar, beginnen mit Bibi oder Barbara. Was sagt man noch? Bernhard am Frühstückstisch ist auch so ein wiederkehrendes Merkmal. Erzähler? Erzähler ein einziges Mal, wie gesagt. Frau Müller-Riebenseel, ja, die haben wir auch gerade gehört. Ich glaube sogar mehrfach, vier, fünf Mal ungefähr. Ja, also das Thema Antrieb, dann fängt sie nicht auch an beim verhexten Schulausflug? Nee, da ist es Bibi. Im Klassenraum, glaube ich, ne? Aber zum Beispiel mit der Hexenküche, mit dem neuen Schulgarten oder wie gerade mit dem verrückten Huhn, das ist die Ribi. Ja. Einmal der Bürgermeister in Folge 41, dann in Folge, jetzt überlege ich gerade, nicht, dass ich durcheinander komme, 72 Pichler. Aber weißt du, wer nie, 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 nie den Opener einer Bibi-Folge macht? Carla Kolumna. Carla Kolumna. Ja, weil die ja auch in der Regel erst später immer dazu stößt, wenn die Sensation bereits am Laufen ist. Ja, wobei in der Folge mit dem gestohlenen Hexkraut, was ja eigentlich Öl ist. Ja, geht sehr schnell. Geht sehr schnell, da klingelt sie, Bibi macht auf und dann kommt diese verschnupfte Carla rein. Ja, das stimmt. Übrigens auch ein sehr, sehr nettes Merkmal, verschnupfte Leute zu Beginn einer Folge, weil du ja einmal meintest, die Folge mit dem Schlittenrennen. Da fängt nämlich Bernhard an zu niesen. Stimmt, deshalb kann er ja nicht beim Schlittenrennen mitmachen. Ja, ja. Genau. Okay, cool. Dann, wie gesagt, vielen Dank, war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hab mich blamiert, ist in Ordnung. Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, du bist gönnerhaft. Also, ich sag mal, 8,5 Punkte von 10 in der Schule wäre das eine dicke 2. Ja, das stimmt, aber ich mach den Podcast hier ja auch, weil ich eigentlich mehr weiß. Weil ich eigentlich eine 1 holen sollte bei sowas. Ja, ich muss sagen, im Grunde war es ja nur das verrückte Huhn, was rausgefallen ist. Allbei, die Folge mit Oma Grete, mein Gott, da fiel dir eben der Titel nicht ein, aber du kanntest die Folge, ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Okay, gut. Machen wir Schluss, ich noch deprimierter diese Folge verlasse. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, ihr da draußen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Dann sag ich auch mal, bis bald und Antje und ich, wir beide reden jetzt gleich nach dem Podcast noch übers Briefe schreiben. Genau. Bis bald. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder.